Ja, herzlich willkommen bei meinem neuen Livestream und heute geht es mal wieder um ein Trainingsprogramm, um ein ganz spezielles Trainingsprogramm mit dem Namen Muscle Has Four Sides, zu deutsch ein Muskel hat vier Seiten. Bevor wir beginnen, nochmal ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen, ich möchte mich nochmal ganz kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang Franke, ich trainiere seit 58 Jahren, also mit zwölf Jahren angefangen mit Expandern und so weiter und so fort. Damals war das Bodybuilding noch in den Kinderschuhen. Ich habe dann mit 19 die ersten Meisterschaften gemacht, ein paar Titel gewonnen, habe dann aber 1984 aufgehört, weil mir die ganze Anabolika-Problematik zu kritisch wurde und ich möchte auch aus einer Zeit berichten, dann als ich in den USA war, 1977, das kommt dann hier später. Dort habe ich nämlich den sogenannten Iron-Guru persönlich kennengelernt und viele, viele der damaligen Stars im Goldstream gesehen. Ja, also es geht wie gesagt um ein ganz spezielles Trainingsprinzip. Wer also Vince Gironda genannt, der Iron-Guru, wem das kein Begriff ist, vielleicht nochmal ganz kurz, oder die, die vielleicht so ein bisschen was kennen, die kennen dann von ihm die typischen Trainingsprogramme 8x8, 6x6, 10x10, die er alle entwickelt hat. Also Vince Gironda hat über Jahrzehnte, ja angefangen von den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren bis in die 90er Jahre ein Studio geführt am Hollywood Boulevard in Las Vegas, in LA, also Los Angeles und er hat dort die Trainingsprogramme entwickelt, die wir heute noch eigentlich überwiegend auch trainieren. Ja, die bekanntesten sind natürlich diese Pyramidentraining 10x8, 6x15 und wie gesagt dieses 8x8 und aber daneben hat er sehr viele andere Programme und Trainingsprinzipien entwickelt und ganz spezifische Ernährungsprinzipien auch. Er hat also alle Stars seiner Zeit eigentlich damals trainiert. Jeder, der Rang und Namen hat, ist dort bei ihm erschienen, einschließlich Arnold Schwarzenegger und vielen anderen. Von einigen werden wir auch heute einiges sehen. So, jetzt schauen wir mal. Ich begrüße erstmal alle. Toll, dass ihr jetzt schon gleich so flüssig zuschaltet. Das freut mich sehr und ich werde heute sehr viel zeigen über Übungen und wirklich das Programm zeigen, das also wirklich komplett ist und zu eurer Information dieses Programm, weil es wirklich sehr umfangreich ist mit allen Übungen, mit allen Geschichten, mit allen Erklärungen. Das gehen wir heute durch. Trotzdem werde ich dieses Programm dann nochmal auf unserer Seite www.ironguru.info bringen, mit allen Übungen, mit allen Wiederholungen und so weiter. Auch nochmal beschrieben mit den schwierigen Übungen. Denn es geht um Programme, die damals entwickelt wurden, als es eben noch nicht so viele Trainingsmaschinen gab. Und man hat immer effektive Programme gesucht. Das heißt also, alles, was irgendwie möglich war an Ernährung, an Training, was effektiv war, das hat man eben getestet und ausprobiert und nicht mal so eine Woche, sondern über Jahrzehnte teilweise. Und da rührt dieses Wissen her. Und das ist unschätzbar. Natürlich ist es heute einfacher, man geht in ein Studio, man hat da für jede Muskelgruppe zwei, drei Maschinen, dann setzt man sich da ran, dann trainiert man die. Das Oldschool Bodybuilding beruht eigentlich darauf, dass man sich viel mehr mit seinem Körper auseinandersetzen musste. Und man hatte natürlich auch das Trainingswerkzeug. Das bestand aus Handeln, einer Zugmaschine oder mehreren Zugmaschinen, Barren, Beinstrecker und Beuger, ganz einfache Geräte, ein paar Bänke und vielleicht noch eine Multipresse. Und das war's. Also das heißt, diese ganzen komplizierten Maschinen, die wir heute haben, die gab es eben damals nicht. Und man hat sich auf das Wesentliche konzentriert. Das heißt, wie erreiche ich mit einfachen Mitteln den Muskel? Wie spüre ich den? Wie kann ich den Muskel zum Wachstum reizen? Und in dieser Verbindung sowohl die Ausführungen der Übungen als auch diese Programme waren unheimlich durchdacht. Und eben nicht einfach mal nur so drei Sätze hier, drei Sätze da und was macht man heute? Und das ist so das Faszinierende. Und ich habe das ja auch selber erleben dürfen. Dieses Programm, Muscle Has Four Sights, ist wirklich ein ganz spezielles Programm. Und es ist entwickelt worden, um wirklich in der geringsten Zeit, also in der kürzesten Zeit, den maximalen Erfolg an Muskelaufbau, wie gesagt, an Muskelwachstum zu erreichen. Deshalb werdet ihr euch auch wundern, da sind einige ganz spezielle Dinge, die wirklich dabei beachtet wurden und auch etwas außergewöhnlich sind. Ja, es gibt natürlich Regeln für dieses Programm. Da fange ich mal mit an. Nein, bevor ich anfange, ich habe noch mal ein paar Sachen rausgesucht, ehe wir ins Volle gehen. Für die, die mich noch nicht kennen, also ich habe nicht nur trainiert ein paar Jahre, ich habe auch sehr viel mit bekannten Bodybuildern zu tun gehabt. Hier, Dorin Jetz nochmal, den hatte ich zu einem Seminar nach Hamburg geholt. Das einzige, was er in Deutschland gegeben hat in seiner aktiven Zeit. Und in meiner Laufbahn habe ich sehr viele bekannte Bodybuilder getroffen, kennengelernt, auch sehr gut kennengelernt. Teilweise hier ist mal ein Bild mit Jay Cutler. Das war auf der FIBO. Und ich habe auch andere interessante Leute kennengelernt. Hier, das ist ein altes Bild. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist Berend Breitenstein, der diesen Natural Bodybuilding, ich glaube, das nennt sich GNF, gegründet hat. Macht heute noch wieder Wettkämpfe, hat sehr viele Bücher rausgebracht. Der Berend hat übrigens mit 15 Jahren bei mir in meinem Studio in Hamburg begonnen zu trainieren. Also so lange kenne ich ihn. Und ja, ich freue mich, dass er immer noch so dabei ist und auch diesen Natural Bodybuilding so sehr verhaftet ist und wirklich eine tolle Geschichte dort macht. Und auch einen Gegenspieler bildet zu all diesen gewaltigen Geschichten, diesen, naja, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Hier geht es um ein Natural Programm und man kann mit diesem Programm eben wirklich enorme Erfolge erzielen. Ja, wie gesagt, ich war damals mit im Goals Gym 1977 und auch bei der Gelegenheit, meinen ersten Besuch in Amerika, habe ich natürlich auch meinen größten Wunsch erfüllt und bin ins Vince Gym gegangen. Und das ist übrigens hier ein Bild im Spiegel, das ist so unscharf. Also ich wollte nochmal zeigen, so sah ich damals aus. Und das war das Studio von Vince Gironda am Hollywood Boulevard. Da war nicht viel mit Chrom und da war nicht viel mit Schnickschnack. Da waren ganz außergewöhnliche Bänke. Da zeige ich euch nachher auch nochmal was. Er hat ja auch diese Scott-Bänke entwickelt und all diese Geschichten. Also der Mann hat unheimlich viel gemacht, also fantasievoll Bänke gebaut, Geräte gebaut, um Übungen umzusetzen, was in der Zeit eben damals so möglich war und umsetzbar war. Und er war natürlich in erster Linie ein Mann, der in seinem Studio auch sehr viel Private Coaching gemacht hat. Also er hat die ganzen Hollywoodstars trainiert, unter anderem aber dann auch die ganze Elite des damaligen Bodybuildings sind bei ihm ein- und ausgegangen. Das durfte ich selber sehen und das war also für mich faszinierend, nachdem ich viel über ihn gelesen hatte, 1977 dann dort diesen Besuch dort zu machen und da ein paar Tage zu verbringen in seinem Studio. Und ich kann euch sagen, der Vince Gironda war ein ganz spezieller Typ. Also da gibt es ja auch einige Geschichten drüber. Also sehr, sehr speziell. Er hat dann auch, wenn ihm das was nicht passte, Leute aus dem Studio gejagt, wenn die eine Übung falsch gemacht haben, die ihm nicht passte. Also irgendwelche Sit-Ups, dann gab es also sofort einen Verweis. Das wollte er nicht sehen oder bestimmte andere Übungen. Also er war sehr, sehr introvertierter und extrovertierter vielmehr. Ein extrovertierter Typ auf seine Weise. Also er hat sein Ding durchgezogen. Für ihn gab es nur Bodybuilding und es gab auch nur seine Linie. Und da ist auch nicht alles unstrittig, aber 90 Prozent ist einfach genial. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Programm, um das es heute geht. Es gibt hier eine Ausgabe Muscle Has Four Sides. Die ist etwas neuer und es gibt auch die Originalgeschichten noch. Diese werden extrem teuer gehandelt. Das sind so Schwarz-Weiß-Geschichten aus der Zeit. When Vince speaks, the stars listen. Also wenn Vince erzählt, dann hören die Stars zu. Also sowohl die Hollywood-Stars als auch die Bodybuilding-Stars. Und er hat hier eben dieses Programm kreiert, über das wir heute sprechen werden. So, grundsätzlich mal zu den Regeln, bevor wir zu den Übungen kommen und zu den Aufteilungen. Grundsätzlich geht es bei Vince Gironda eigentlich immer darum, um ein wirkliches Bodybuilding-Training und nicht Gewicht heben. Das heißt, es geht immer darum, den Muskel zu fühlen, die Bewegung zu beherrschen. Das heißt, super korrekt zu trainieren und diese Bewegung auch häufig noch zu unterstützen mit Anspannungen, also zum Beispiel in der Endphase. Also, es heißt mehr oder minder, sich die Übung für den Muskel eher schwer machen, wie leicht machen. Und ich habe das in meiner langjährigen Erfahrung auch als Trainer immer wieder gesehen. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ein Gewicht heben ist eine Sache, irgendwie hochheben, irgendwie natürlich auch den Muskel betätigen, aber ein Gewicht fühlen und einen Muskel fühlen und diesen Muskel wirklich dann auch bewusst auch noch anzuspannen und zu trainieren, ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn man so trainiert, dann kann man auch nicht drei Stunden trainieren. Das geht gar nicht. Das ermöglicht die Konzentration und die Verfassung gar nicht. Das heißt, ein typisches Beispiel ist auch natürlich dieses Heavy-Duty-Training von Mike Menzer. Das heißt, umso intensiver ich trainiere und umso konzentrierter ich trainiere und umso mehr ich an meine Grenzen gehe, umso kürzer ist das Trainingsprogramm. Deshalb dauern seine Programme von Vince Gironda in der Regel auch nie länger wie 45 Minuten. Heute ist das wissenschaftlich belegt, weil nach 45 Minuten intensiven Trainings auch wiederum ein Abfall des körpereigenen, des freien Testosterons zu vermerken ist und einfach die Konzentration nachlässt. Also man hat da Grenzen und diese Grenzen werden speziell durch dieses Programm auch ausgelotet und da wird eben nachgeholfen. Und wie das passiert, das erzähle ich euch jetzt. Also man trainiert übrigens dieses Programm, jetzt bekommt keinen Schreck, zweimal täglich. Das heißt einmal morgens und einmal abends. Das Programm selber ist relativ kurz. Abends trainiert man in der Regel mit mindestens vier Stunden Abstand, mit etwas weniger Gewicht. Das wird so empfohlen. Also ich gebe das jetzt exakt nach. Also ich gebe das exakt hier auf, was Vince Gironda hier gesagt hat. Und wir können gerne nachher auch noch diskutieren und unsere eigenen Dinge mit einbringen. Also hier geht es darum, so wie er das vorgestellt hat, exakt und beschrieben. Das betrifft auch die Supplements, das betrifft die Übungen und so weiter. Also wenn ihr sowas trainieren wollt, dann könnt ihr das eigentlich, wenn ihr bestimmte Geräte habt, auch super zu Hause trainieren. Man kann auch viele Übungen noch abwandeln, wenn man also bestimmte Geräte dann nicht hat. Ja, also es geht wirklich ausgezeichnet mit einer Bank, zwei Kurzhanteln, mit einer Langhantel. Wenn ihr eine Zugmaschine habt, top. Ja, wenn ihr einen Beinstrecke habt, Beinbeuger habt, noch besser. Ja, aber ansonsten braucht ihr wirklich nicht mehr. Und ihr müsst also immer, es geht immer um vier Übungen pro Muskel. Und ihr müsst immer sehen, dass ihr die Geräte so bereit liegen habt, dass ihr ohne Pause diese vier Übungen hintereinander trainieren könnt. Heute spricht man teilweise auch von einem Giant-Set. Ja, das Besondere, wie gesagt, an dieser Geschichte ist, ihr trainiert mit keinem sehr schweren Gewicht, sondern es geht wirklich um die Ausführung, um das Fühlen des Muskels. Natürlich geht es auch dann nachher um Ernährung, denn so, wie ihr euch ernährt, so seht ihr nachher aus. Vince Gironda spricht dem 85% zu. Das heißt also, das Aussehen wird bestimmt durch die Ernährung. Wir führen übrigens alle Übungen zwölfmal aus, bis auf die Waden. Ausnahme sind die Waden. Die werden mit 20 Wiederholungen attackiert. Und es ist wichtig, dass man immer die volle Wiederholungszahl schafft. Ja, selbst wenn ihr nochmal absetzen müsst, um dann nochmal die eine Wiederholung zu schaffen. Oder selbst wenn ihr in diesem Fall dann wirklich nochmal nachhelfen muss mit ein bisschen Schwung oder wie auch immer. Ja, dann sollen diese zwölf Wiederholungen geschafft werden. Das Problem ist wirklich dieser Giant-Set, weil selbst leichte Gewichte, ich habe heute mal so etwas ähnliches mal probiert und trainiert. Also, da darf man sich nicht falsch einschätzen. Das Gewicht wird dann immer schwerer mit der Zeit. Ja, und bei der dritten, vierten Übung, da wo man normalerweise dann ein Gewicht locker bewältigt, dann wird es schwer. Also, wie gesagt, ich sagte schon, am wichtigsten ist die Technik und die Ausführung. Und das werden wir auch gleich bei den Übungen besprechen. Vinci Ronda spricht übrigens bei der Ausführung von einer intramuskulären Kontraktion. Das heißt, selbst die Kontraktion auch nochmal herstellen. Ja, das Gewicht ist auch nur Mittel zum Zweck. Also, es ist, man muss wirklich nochmal, ich sage das immer wieder, man muss wirklich unterscheiden zwischen Gewicht heben und Bodybuilding. Und Bodybuilding, wenn ich zum Beispiel auch ein regelmäßiges Posing-Training vor dem Spiegel mache und wirklich Muskeln anspanne dabei und versuche zu kontrollieren, dann weiß man, wie anstrengend das ist. Auch das trainiert die Muskulatur und verändert die Muskelform. Ja, nicht mit einmal fünf Minuten, sondern wenn man es regelmäßig macht. Hinzu kommt, um das nochmal zu sagen, dass diese Programme eben wirklich auch, also entwickelt wurden über Jahrzehnte. Und ich kann euch mal Beispiele nennen, wer zum Beispiel auch danach trainiert hat. Das ist hier ein persönliches Autogramm von Frank Zane, was er mir gegeben hat. Er zeigt übrigens hier auch die Vakuumpose. Die Vakuumpose ist übrigens auch etwas, was heute kaum noch trainiert wird. Ich werde darüber auch nochmal einen Bericht machen, weil die alten Bodybuilder inklusive der Ikone Arnold Schwarzenegger konnten das alle. Die haben das richtig trainiert. Und das ist ein besonderer, wirklich ein besonderer Look. Aber man muss das trainieren. Und natürlich, wenn ich den Wachstumsbauch habe, dann wird es schwer. Ich habe neulich einen ganz lustigen Beitrag, um nochmal wieder ein bisschen was zu erzählen, in Facebook von einem Bodybuilder gelesen. Der schrieb dann, naja, da ging es auch um diese Vakuumpose. Und da sagt er, naja, also die Wachstumshormone würden ja gar nicht dazu beitragen, dass die inneren Organe wachsen. Und das ist es eben nicht, sondern das hat eben andere Gründe und so weiter und so fort. Also wenn ich sowas lese, meine Güte, also man braucht sich ja nur den Bypackzettel von Wachstumshormonen durchlesen. Da steht es schon drin, als Nebenwirkung. Dann ist es so, um auf dieses Thema nur ganz kurz einzugehen. Also eine therapeutische Maßnahme mit Wachstumshormonen, dann gibt man Menschen, die ein noch nicht abgeschlossenes Knochenwachstum haben. Dafür sind ja diese Geschichten entwickelt worden. Den gibt man dann, also jungen Menschen, so zwei, maximal vier Einheiten. Und dann wirkt sich das auf das Wachstum, auf das Längenwachstum auch aus und auf die Entwicklung aus. Positiv. In dem Fall, das wird dann kontrolliert. Mal zum Vergleich, ich weiß es wirklich definitiv, dass die Cracks also 30, 36 Einheiten am Tag nehmen. In Verbindung mit Insulin, in Verbindung mit Testosteron, mit großen Mengen. Und dann sind eben diese Wachstumsbäuche entstanden. Und wer dann sagt, oh nee, da kommt das nicht her, alter Schwede. Und das ist eben auch ein positives Beispiel, deshalb erzähle ich das. Solche Athleten wie Frank Zehn haben zu der Zeit noch keine Wachstumshormone zur Verfügung gehabt und auch nicht genommen. Der mag Diana Buhl genommen haben und vielleicht auch das eine oder andere. Aber diese extremen Mittel, wie sie heute auf dem Markt sind, eben nicht. Und wenn man sich das Bild ansieht, sieht schon geil aus. So, ich habe hier auch noch mal ein anderes Bild, damit das auch nicht bezweifelt wird. Also Arnold Schwarzenegger übrigens hier, ich glaube Nielen heißt der hier nebenan, ist auch ein ganz bekannter Autor und Bodybuilder gewesen in der Zeit. Und der hat übrigens auch da ein Shirt an von Vince Gironda, da steht immer Vince Gym, das könnt ihr da sehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Foto ist aus Vince Gym, aber Arnold hat selbst solche Shirts gehabt. Der hat dort trainiert und wurde von ihm, von dem Vince Gironda auch einige Monate trainiert. So, jetzt geht es mal ans Programm. Also, das Programm wird zweimal täglich trainiert. Es gibt ein bestimmtes Split-Training. Ich gebe das, wie gesagt, genau so weiter, wie Vince Gironda es empfohlen hat. Wir reden hier vom ersten Tag, da trainieren wir Rücken, Brust und Schultern. Am zweiten Tag trainieren wir Trizep, Bizep, Unterarme. Also übrigens hat Vince Gironda enorm viel Wert auf das Training der Unterarme und auch der Waden gelegt. Ja, das waren immer komplette Trainingseinheiten. Also er hat die Unterarme genauso trainiert, wie den Bizep oder den Trizep. Das nur mal so ganz am Rande. So, dann haben wir den dritten Tag, da haben wir die Beine und die Waden. Und am vierten Tag, wie eins, am fünften Tag, wie zwei, am sechsten Tag, wie drei, am siebten Tag ist dann Pause. Das heißt, wir reden hier über ein Sechstages-Training in der Woche, ja, und mit einem Training von zweimal täglich. Das hört sich vielleicht für euch jetzt viel an, aber wie gesagt, wir kommen gleich zu den Übungen. Dann könnt ihr sehen, von den Übungen und von den Sätzen ist das gar nicht so viel. Und dieses Programm wurde tatsächlich von einigen der damaligen Stars trainiert und es wurde auch beurteilt. Und die Aussage der Athleten der damaligen Zeit, also die wirklich jetzt die Spitzenathleten waren, die sagten, also dieses ist eines der anstrengendsten und schwierigsten Programme überhaupt, die sie je trainiert haben. Und das sieht immer alles so theoretisch so Pille-Palle aus, aber man muss bedenken, wie gesagt, es geht um das Training mit Ausführungen, mit extremen Übungen, die ich zum Teil auch nochmal erklären werde und mit Übungen, die ihr vielleicht auch noch gar nicht kennt. Also, am ersten Tag, wie gesagt, wäre dann Rücken, Brust und Schultern dran. Die erste Übung ist Rudern. Das Ding ist, bei dieser Ausführung, das kennt ihr wahrscheinlich, alle Kabelrudern im Sitzen. Was hier nicht gezeigt wird, ist die extreme Ausführung. Ich beantworte nachher nochmal Fragen, ich gehe das alles wieder durch, ihr kennt mich ja schon. Ihr schreibt ruhig ordentlich alles rein, was ihr wollt und vor allen Dingen auch zu den Übungen, was immer ihr wollt und dann gehe ich das nachher nochmal durch. Sonst komme ich hier, ich kenne mich ja selber vom Hundertste ins Tausendste und labere euch hier voll. Deshalb gehen wir jetzt die Übungen. Also, bei dieser Übung zum Beispiel, bei den Rudern ist die Ausführung der gestreckten Arme, dann nimmt Vince Gironda den Kopf fast zwischen die Beine. Also zwischen, wirklich, er lehnt sich ganz weit nach vorne. Der Lapp wird ganz weit ausgeklingt und dann ist es also wirklich eine Bewegung. Er richtet sich dann auf, zieht zum unteren Teil der Brust und spannt dabei auch dann in der Endphase den Rücken an. Also, es kommt immer auf diese Ausführung und bei fast allen Übungen geht es bei Vince Gironda auch um komplette Ausführung. Ich habe das heute mal wieder trainiert. Ich habe heute mit meinem Trainingspartner mal ein Armprogramm gemacht, ein neues, und habe Übungen ausgewählt, die hier auch in den Programmen gezeigt werden, um mal zu sehen, okay, wie ist da der Unterschied, zum Beispiel bei dem Scott Curl. Da werden verschiedene Varianten gemacht. Und ich muss sagen, wir haben mit, ich habe überall 10, 20 Prozent weniger Gewicht genommen und extra, und haben uns auf die Ausführung konzentriert und haben dann dieses Programm trainiert, dieses Armprogramm. Und ich muss sagen, ich habe also einen so wahnsinnigen Pump gehabt und so ein gutes Gefühl dann, den ich normalerweise sonst nicht so habe, wenn ich mehr Gewicht nehme. Also deshalb, und das betrifft eben auch alle Partien, ihr müsst wirklich also auch den Muskel spüren, ihr müsst diesen Pump kriegen und nicht einfach nur eine Bewegung machen. So, wir haben dann eine zweite Übung, die ist auch recht ungewöhnlich, also ich habe die noch nie gesehen im Studio, und zwar ist das abwechselndes Rudern mit der Kurzhandel, mit den Kurzhandeln. Und ihr könnt bitte sehen, dass er den Ellbogen nicht an den Körper ran zieht, sondern dass er den Ellbogen also im rechten Winkel vom Körper abhält. Und das ist ein alternativer Dumbbell Row, den er hier macht. So, wie gesagt, diese beiden Übungen, immer zwölf Wiederholungen und dann haben wir die beiden nächsten Rückenübungen und hier ist es auch wieder so, er stellt sich dann hin, also Rudern im Stehen ist das quasi, mit der Rolle von unten, und er stellt sich quasi hin und beugt die Arme kurz ein und er beugt dann, da gibt es auch noch Abbildung im Web, seinen Oberkörper ganz nach vorne. Also, da muss man auch schon ein bisschen gelenkig sein. Also, wer da mit dem Rücken nicht mitkommt, das ist auch so ein Problem. Und zieht dann wiederum dieses Mal die Stange zum Bauch und kontrahiert. Er richtet sich also nicht ganz gerade auf, sondern das ist hier die Endposition. So, und jetzt kommen wir zu einer Übung, die mache ich so ähnlich auch und die finde ich fantastisch. Und das ist eben dieses Kurzhandelrudern auf der Bank. Und jetzt guckt euch mal die Bank an. Also, diese Bank, die gibt, also das sieht ja aus wie so aus der Ritterzeit, die gibt es in keinem Studio. Also, ich wüsste kein Studio, das überhaupt so eine Bank hat, denn die ist viel höher, die ist doppelt so hoch wie eine normale Trainingsbank und auch noch waagerecht. Also, ich mache das persönlich an einer ganz leichten Neigung der Schrägbank, sodass ich also mit den Armen und mit den Handeln nicht auf den Boden komme und führe diese Übung dementsprechend auch aus. Und ich muss sagen, ich bin jemand, dem fällt es äußerst schwer, die Rückenmuskeln zu kontrahieren, zu bekommen. Und mit dieser Ausführung, ja, er nimmt den Kopf auch hoch. Er geht also dabei auch in diese Hohlkreuzposition und zieht wirklich dann die Handel hoch und kontrahiert voll. Also, das sind die ersten vier Übungen. Und da habt ihr ungefähr so eine Vorstellung, wie das Ganze aussieht. So, wir gehen dann gleich mal weiter. Wir kommen dann zur Brust, zum Brusttraining. Und da haben wir wieder zwei Übungen, die sehr ungewöhnlich sind. Die meisten machen ja Bankdrücken, Füße auf den Boden, Handel zur Brust und dann wird halt hochgedrückt, breiter oder enger oder wie auch immer. Bei Vinci Ronda ist es so, er hat eine spezielle Technik, er fasst recht breit die Handel und führt die Handel, die Handelstange, die Langkantel zum Hals. Ja, auch wirklich, dass die den Hals berührt. Natürlich kann man dann nicht mit so viel Gewicht trainieren und es ist eben auch keine Weightlifter-Übung, also kein schweres Bankdrücken, sondern es dient, diese Übung dient einfach der Entwicklung der Brustmuskulatur, dem Reiz. Die Ellbogen werden dabei nach außen genommen, bleiben also unter der Stange. Und als zweite Übung macht er die typischen Vinci Ronda Dips. Da könnt ihr mal sehen, also die Handhaltung, es gibt auch noch eine ganz extreme Handhaltung, da dreht man sogar die Finger nach innen und die Ellbogen werden ganz nach außen genommen und das wird eigentlich an der V-Bar gemacht. Also es gibt eben kaum noch Studios, die überhaupt eine V-Bar haben. Also das ist aber eine typische Brustübung von Vinci Ronda. Der Kopf wird auf die Brust genommen, beim Hochdrücken wird der Rücken rund gemacht. Ich habe übrigens diverse Bilder gefunden, auch von Arnold Schwarzenegger, der genau diese Übung genau so ausführt. Das nur mal ganz am Rande aus der Zeit. Wir kommen dann zur nächsten Übung und zwar sind das wieder zwei Übungen mit Kurzhanteln. Einmal Schrägbank drücken, dann nimmt er also die Handteln nicht parallel. Das heißt also die Handflächen zeigen nicht nach vorne, sondern er drückt die Handtel so hoch, wie ihr das hier seht. Und die Handtel wird auch nicht ganz gestreckt, sondern ganz kurz vorher mit, die Arme bleiben leicht gebeugt, sodass die Spannung in etwa in der Brust gehalten wird. Also man kann das selber ausprobieren. Wenn ihr eine zu große Entlastung bringt im Muskel, dann geht nicht so weit hoch und haltet euch die Spannung in der Brust durch diese Ausführung, dann haltet die Spannung aufrecht. Dann macht er fliegende Bewegungen. Auch da ist es so, mit ziemlich gestreckten Armen dann, also leicht angebeugt. Auch dort werden die Arme nicht ganz gestreckt. Ihr könnt auch die Beine, er hat die Beine, wie ihr seht, ja auch nicht auf dem Boden in dem Fall. Ihr könnt die Beine auch anwinkeln und hochnehmen. Das verstärkt auch die Spannung in der Brust. Das könnt ihr selber mal ausprobieren, wer es nicht schon kennt. So, dann kommen wir zu den Schultermuskeln. Und hier sind wieder spezielle Ausführungen. Also es ist sowieso so, dass alle Übungen, die er hier zeigt und macht, eigentlich so in der Form häufig gar nicht zu sehen sind. Und der denkt sich was dabei. Und diese Four Sides of a Muscle. Also es hat einen Grund, warum diese Übungen so ausgeführt werden, um den Muskel von allen Seiten zu erwischen. Hier beginnt er mit dem Dumbbellswing. Da habe ich auch einen Film zu gemacht. Achtet drauf. Ich habe den ersten Film, als ich Dumbbellswing gemacht, gezeigt habe. Den müsste ich eigentlich mal löschen. Auf meinem YouTube-Channel, da habe ich die Hande senkrecht gehalten. Die Hande senkrecht gehalten. Das ist keine optimale Ausführung. Wichtig, hat mich mal an Ami korrigiert, ist bei dem Dumbbellswing, dass ihr wirklich mit dem gebeugten Ellbogen fast vor das Gesicht geht. Und dann immer abwechselnd, wie gesagt, ihr könnt euch das auch nochmal anschauen. Ich habe da einen Film, wo das genau gezeigt wird, wie man das macht. Dann kommt die zweite Übung. Da macht er das Frontheben, aber eben nicht mit gestreckten Armen. Und was er auch macht, das könnt ihr mal ausprobieren. Das wird alles beschrieben in diesem Kurs. Wenn er die Handel hebt, wenn er die Langkantel anhebt, hebt er auch die Schultern an. Das ist also ein Unterschied, ob ich einfach nur die Handel hebe oder gleichzeitig auch die Schultern anhebe. Also man versucht durch diese Übung möglichst, wie gesagt, den Muskel von allen Seiten zu erreichen und Muskeln zu aktivieren, die man sonst nicht trainiert. So, dann kommen wir zu der nächsten Geschichte. So, das ist auch wieder eine spezielle Ausführung. Und zwar ist es der Scott Press. Der Scott Press wird ausgeführt, das ist hier eigentlich die Ausgangsposition und die Bewegung ist ganz kurz. Auch da werden die Arme nicht gestreckt und man bleibt also immer in der Spannung und bewegt also in einem langsamen Tempo. Mit einem Halten jeweils. Bei jeder Übung hält man die Spannung oben nochmal. Und das bezieht sich auch auf die nächste Übung dort unten. Ihr kennt natürlich viele Übungen auch. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einfach die Handel nur hoch schwinge, in dem Fall, oder ob ich wirklich die Handel hoch bewege und den oberen Teil nochmal anspanne und die Handeln dann wirklich halte. Das macht einen riesen Unterschied. Das reduziert das Trainingsgewicht enorm, weil man es sonst gar nicht schafft, aber es erhöht die Spannung im Muskel enorm. Und wir wollen hier Bodybuilding machen und ihr müsst diese Spannung fühlen. Und wenn ihr diese Spannung nicht fühlt, also es gibt Beispiele, man kann diese Übung mit dreimal so viel Gewicht machen. Gar kein Problem. Und das irgendwie hochballern, hochschwingen. Ich sehe das ja immer wieder in modernen Filmen, also der modernen sogenannten YouTuber und so weiter. Die hauen sich da Gewichte rauf und hauen die Handeln hoch und schwingen die hoch. Aber das ist hier nicht der Fall. Also es geht immer um eine konzentrierte Ausführung. So, wie gesagt, Fragen beantworte ich später. Ich möchte das dann gerne durchgehen. Und jetzt kommen wir zu den nächsten. Es sind ja immer vier Übungen pro Muskel. Das haben wir schon gesehen. Das müssen wir uns nicht nochmal angucken. So, jetzt kommen wir zum nächsten Trainingstag. Und dort beginnen wir mit dem Trizeps. Beim Trizeps macht er eine Übung ähnlich wie Pullover. Die Ausgangsposition ist so, dass er ziemlich weit mit den Ellbogen runter geht. Neben dem Kopf. Die Handeln runterführt. Und dann in diese, das ist sozusagen die mittlere Position hier. Und dann wird der Arm oben gestreckt. Also das ist eine kreisende Bewegung und nicht einfach nur so bleiben und dann einfach nur die Hantel nach oben strecken. Sondern man geht etwas tiefer runter und dabei muss man eben den Muskel kontrahieren und das Ganze nicht mit Schwung machen. Das ist immer der Unterschied. Die zweite Übung ist dann eine Übung auch wiederum mit der Langkantel. Er drückt im Prinzip, das ist also fast wie enges Bankdrücken. Ja, etwas weniger wie schulterbreit gedrückt. Die Ellbogen dicht am Körper. Und dann aus dieser Position hochdrücken, das Gewicht, bis der Arm gestreckt ist. Beim Trizeps strecken wir den Arm ganz durch. Dann habe ich hier die nächste Übung, die ich leider in der Abbildung von Vinci Ronda nicht gefunden habe. Das sind Dumble Kickbacks. Ja, man kann diese Übung so ausführen auf dieser Bank. So ist sie, so ähnlich ist sie beschrieben. Man kann sie auch stehend machen. Ich finde dieses Abstützen auf einer Bank recht vorteilhaft, weil man sich dann mehr auf den Arm konzentrieren kann und nicht dort mit dem krummen Rücken dann steht. Aber es geht darum, wirklich die Endkontraktion zu erhalten. Ja, und das ist für den oberen Trizepsbereich hin zur Schulter ist diese Übung hervorragend. Und das Gewicht darf eben auch nicht zu schwer sein. Und ihr sollt das Gewicht auch oben nochmal eine Sekunde halten können. Dann kommen wir zu der nächsten Übung. Und da haben wir mal den Arnold. Das sind jetzt Dips auch wiederum, aber für den Trizeps. Und da lasst ihr euch einfach runter, so weit wie ihr kommt. Und drückt euch dann wieder hoch. Die Ellbogen sind enger am Körper. Die werden nicht nach außen gedreht, weil man dann die Wirkung mehr in die Brust verlagert. So, dann sind wir auch schon beim Bizeps. Und das habe ich heute mal trainiert, weil am Anfang, als ich mir diese Bilder angesehen habe, habe ich gesagt, das ist die gleiche Übung. Nee, es ist nicht die gleiche Übung. Und zwar die erste Übung. Da legt ihr im Prinzip die Ellbogen auf die obere Kante der Scottbank. Und dann bleibt ihr aufrecht und führt die Langkantel runter, bis der Arm gestreckt ist, ohne den Oberkörper nach vorne zu beugen. Und wenn ihr das macht, dann merkt ihr ganz schnell, dass ihr hier den unteren Teil des Bizeps erwischt. Wenn ihr die Hantel dann hochführt, nicht die Hantel ausklinken und den Bizeps entspannen, sondern wirklich zu dem Punkt gehen und den Bizeps selber wieder anspannen. Das ist der größte Fehler bei dieser Scott-Übung, Scott-Curl. Manche Leute, die klinken dann oben aus und dann schwingen sie runter. Also die Übung ganz konzentriert und ganz ruhig ausführen. Von der Streckung, Oberkörper bleibt aufrecht, bis hin zur Kontraktion oben. Und dann merkt man auch genau, wo die Übung hingeht. Und das ist eben die Kunst und nicht einfach nur irgendwie was hochreißen. Bei der zweiten Geschichte ist es dann so, das ist also eher schon der Scott-Curl, wie ihr ihn wahrscheinlich auch kennt. Und da legt ihr also dann die Brust gegen die Bank und geht mit der Hantel so weit runter. Und auch dort wird die Hantel aber im oberen Teil nicht ausgeklingt, sondern Bizeps bewusst anspannen und kontrahieren. So, dann gibt es wieder zwei Bizeps-Übungen, die ihr vielleicht so mit dem Bein noch nicht gesehen habt. Also er klingt das Bein, er legt also das eine Bein über das andere. Und die erste Übung ist übrigens, man sieht das hier nur, wenn man genau hinschaut, ist auf der Schrägbank. Er führt alternativen Kurzhandel-Curl aus auf der Schrägbank. Und zwar wird die Hantel gedreht. Er hat also in der Ausführung, in der Grundausführung sind die Handflächen zeigen nach innen. Das heißt, wie beim Hammer-Curl. Und dann wird im oberen Teil, wenn ihr die Hantel anbeugt, die Hantel eingedreht. Und ihr beugt euch sogar leicht zur Seite hin, wo ihr eindreht und kontrahiert den Muskel. Also wie gesagt, das ist auch alles so beschrieben. Ich habe das selber auch schon trainiert und das ist wirklich ein Unterschied, ob ich einfach da nur liege und das hochziehe oder ob ich diese Übung dann so ausführe. Bei der zweiten Übung sitzt man gerade. Und ich darf nochmal sagen, bei der ersten Ausführung erreicht ihr auch besonders den langen Bizep, wirklich durch diese Schräge. Bei der zweiten Übung ist es also keine alternative Bewegung, sondern man zieht die Kurzhandeln gleichzeitig hoch und sitzt gerade dabei. Und da gibt es natürlich auch kein Beugen rechts oder links. Das wäre Bizep. So, und jetzt kommen wir zu etwas, das ihr wahrscheinlich so in diesem Umfang sonst gar nicht trainiert. Vinci Ronda war der Meinung, dass die Unterarme eine ganz wichtige Muskelgruppe sind und für die Erscheinung des Arms insgesamt extrem wichtig sind. Ich habe das mal bei einigen Bodybuildern derzeit auch gesehen. Also unheimliche Unterarme hatten die Barbarians, die ich ja mit denen ich auch zusammen trainiert habe, auch 1977, die hatten also Unterarme Wahnsinn. Also viele Bodybuilder in der Zeit haben sehr viel Unterarmtraining gemacht. Das wird heute nicht mehr gemacht in der Häufigkeit und in dieser Art und Weise. Hier haben wir, übrigens Lee Priest hatte auch diese Unterarme und diese Arme, also der hat das auch trainiert, also der hat Unterarme trainiert. Die kommen dann meist nicht von alleine. Also wenn man richtig diese beaderten Unterarme haben möchte, dann muss man die auch trainieren. So, wir haben also hier den Wurstcurl, also den Unterarmcurl sozusagen. Dabei wird die Hantel aufgerollt, die Langhantel wird aufgerollt, die Unterarme liegen auf einer Bank. Die zweite Übung ist der Reversecurl. Da ist darauf zu achten, dass ihr die Ellbogen dicht am Körper belasst und so weit hoch geht, wie ihr kommt. Ihr könnt die Ellbogen dabei auch zurücknehmen. Also dann kommt man so zur Brusthöhe und man legt vor allen Dingen auch bei allen Unterarmübungen, das seht ihr hier ganz genau, wenn ihr darauf achtet, den Daumen unter die Langhantel. Und nicht, ja, also man legt ihn so, wie ihr seht, also nicht rumgreifen mit dem Daumen, sondern man legt sie, oder auf, wie ihr wollt, auf die Langhantel. Und das wird auch beim Reversecurl so gehandelt. Und dann kommen wir mal zu der nächsten Geschichte. Ja, das ist jetzt wieder, Moment, da muss ich mal das Bild ein bisschen korrigieren, das hier, damit wir das besser sehen. So, hier haben wir jetzt die nächsten Übungen. Und dort macht Vince Gironda einen ganz speziellen Zottmann-Curl. Da werden die Arme auch gedreht. Das heißt also, man, ich habe da noch einen Film drüber gemacht, den werde ich auch nochmal zeigen. Ich habe das heute trainiert. Und das macht riesig, wenn man das mal drauf hat, macht das riesig Spaß. Und es gibt einen super Pump im Muskel. Also man hat, die Ausführung ist quasi so, dass man die erste Handel mit den Handflächen zum Körper hinzeigend hält, wie beim Hammercurl, und den wir hier gleich noch sehen. Und dann geht man mit der Handel hoch und dreht bis zur maximalen Curl-Bewegung. Das heißt, man dreht die Handflächen dann nach oben, ja, zur Schulter. Und dann dreht man die Handflächen und geht mit der Handfläche, mit den Handflächen nach unten zeigend. Hoffentlich hört sich das nicht alles zu kompliziert hier an, aber ich werde das alles nochmal auf der Seite beschreiben. Viele kennen vielleicht auch den Zottmann-Curl. Das kann man sich auch nochmal in einem Video ansehen. Das ist also eine spezielle Drehung. Das ist gleichzeitig auch eine Bizepsübung für den Brachialis. Und auch die zweite Übung übrigens, hier der Hammercurl trainiert den Brachialis. Das ist ein kleiner Muskel, den kennen nicht so viele. Die kennen den Bizeps und den Trizeps. Der Brachialis sitzt so zwischen Bizeps und Trizeps, ist so ein kleiner Muskel. Und ich kann mich an einen Herrn Fitzenmayer erinnern, einen deutschen Bodybuilder. Da habe ich das zum ersten Mal damals, so in den 80er Jahren gesehen. Der hatte diese super Armentwicklung und hatte diesen Brachialis so genial trainiert. Also viele Grüße an Herrn Fitzenmayer. Der ist ja auch immer noch aktiv online und ein genialer Athlet war das damals. Und wir machen hier die zweite Übung dann hier, wie wir sehen, das ist der Hammercurl. Da bleiben die Hände so wie sie sind. Und ihr führt die Hantel nach oben bis ungefähr auf diese Höhe. Also nicht die Hantel, die Kurzhantel entlasten und nach oben schwingen und dann bei der Schulter ablegen. Sondern die wird gehalten, der Arm wird angespannt und langsam wieder abgelassen. So. Dann haben wir den Tag durch. Das heißt, wir haben dann Bizeps, Trizeps, Bizeps, Unterarme trainiert. Und jetzt geht es weiter mit den Beinen. Und das ist ja auch wieder ganz speziell. Vince Gironda hat ja keine normale Kniebeuge gemacht, sondern er war der Meinung, die Beine müssen aussehen wie so ein Ballon. Nach unten hin da ballonmäßig aufgehen. Und das gibt ein gutes Aussehen. Und er war also kein Fan von dicken Ärschen und kein Fan von breiten Hüften. Und deshalb hat er diese Übungen trainiert wie Frontkniebeuge. Dort steht ihr auf einem Brett in dem Sinne. Das sieht man hier nicht so. Aber er hat die Hacken auf einem Brett und macht Frontkniebeuge. Dann als zweite Übung immer mit der Kontraktion auch hier Beinstrecken. Das kennt ihr alle. Aber guckt euch mal das Gerät an. Und das hat auch funktioniert. Und ich weiß, an solchen Geräten hat Arnold auch trainiert. Ich auch noch. Wunderbare Geschichte. Also da war keine große Übersetzung. Hat trotzdem funktioniert. Und am Ende hat man dann im oberen Teil die Beine nochmal richtig schön angespannt. Und eine ganz ruhige, wie gesagt, bei allen Übungen, denk dran, eine ruhige, fließende Bewegung mit der Endkontraktion. Immer mit der Endkontraktion. Das Gewicht ist nur Mittel zum Zwerg. Wir machen hier Bodybuilding und nicht Weightlifting, Gewichtheben, Kraftdreikant. Und das ist der Unterschied. Dann haben wir hier den zweiten Bereich. Und hier seht ihr mal eine Ausführung, die der Vince Gironda ja gemacht hat. Und er hat diese Übung mehr oder minder auch kreiert. Diese Sissy Squats. Wenn ich die Übung hier mit dem Gewicht machen würde, gut, so weit komme ich auch noch runter, aber dann würde ich nicht mehr hochkommen. Ich bin schon froh, wenn ich den Sissy Squat also ohne Gewicht mache. Also das heißt wirklich tiefer mit den Knien. Und da gibt es auch diverse Ausführungen. Diese Ausführung ist jetzt so, dass er im Prinzip in dieser geraden Position runter geht, so weit wie er jetzt kommt und dann knickt er ein in der Hüfte, geht mit dem Po runter und dann ist die nächste Bewegung wieder, dass die Hüfte wieder nach vorne gedrückt wird und man sich wieder aufrichtet bis in diese Position. Man streckt die Beine nicht ganz. Das ist eine sauschwere Übung. Also, aber wenn man das mal gemacht hat, wenn man das kann, da fühlst du also Muskeln da irgendwo an den Beinen, die hast du vorher noch nie trainiert. So, auch der ganz einfache Beincurl wird von Vince Gironda anders ausgeführt, als ihr das vielleicht kennt. Man sieht jetzt hier nur die Ausführungen, wo er schon die Beine angebeugt hat. Die Ursprungsanfangsposition ist mit aufgerichteten Körper. Das heißt, beim Hochgehen der Beine, also beim Anbeugen, legt er sich quasi mit dem Oberkörper dann hin. Das ist eine fließende Geschichte. Also, auch das ist eine sehr, sehr besondere Ausführung und nicht eben einfach nur liegen bleiben und Curl machen. Ich habe bei den heutigen Bodybuilding immer so das Gefühl, ja, Hauptsache irgendwie den Muskel trainieren, das wird schon irgendwie wachsen, egal wie und Gewicht drauf und so weiter. Hier geht es also auch immer noch um Körperkontrolle, ja, um Kontrolle über den Muskel. Und wenn ihr das mal probiert, das macht richtig Spaß, da kann man eben nicht viel Gewicht nehmen. Das ist natürlich Oldschool, ganz klar. So, ich habe euch nochmal hier eine ausgezeigt. Hier hat er auch nochmal einen, ich kenne den auch, den Bodybuilder, aber der Name fällt mir im Moment nicht ein. Aber hier ist Vince in jungen Jahren und der macht auch diese Übung, also mehr oder minder Sissy Squat oder auch Frontkniebeuge. Also, diese Übungen wurden eben trainiert. Jetzt kommen wir mal zu dem nächsten. Auch das ist wieder sehr speziell. Darf ich euch sagen, Vince Gironda war der Meinung, das optimale Wadentraining erfolgt, wenn man barfuß trainiert. Ja, und wenn ich natürlich eine Wadenhebemaschine habe, wo ich mit den Schultern untergehe und dann den Klotz drauflege und wo es dann um viel Gewicht geht, ja, dann ist Barfußtraining allerdings ein Problem unter Umständen, weil ich dann die Füße unter Umständen überlaste. Also, das heißt, die Spannen, die Füße haben ja sehr, sehr viele kleine Muskeln, sehr, sehr viele kleine Knochen. Das ist ja ein kompliziertes Gebilde. Und man muss da ein bisschen aufpassen. Deshalb, ihr seht auch hier, es wird nicht wirklich viel Gewicht genommen, weil die Ausführung ist entscheidend. Und er war der Meinung, dass man die Waden dann am besten trainiert, wenn man wirklich bis auf den großen Zeh rauf geht. Und nicht einfach nur auf den Fuß ballen. Und das hat er bei allen Wadenüben. Ich versuche das im Moment übrigens auch. Und ich mache Wadenheben inzwischen, also ohne Gewicht, 20 Wiederholungen und steige dann auf den großen Zeh rauf. Und die Waden, naja, also wenn ich da 20 Wiederholungen gemacht habe, dann brennen die bei mir wie Feuer und dann weiß ich, was los ist. Aber wie gesagt, ich kann auch auf der Wadenpresse das machen, also auf einer ganz normalen Maschine. Und das ist aber dann wirklich eine andere Übung. Hier macht er dann nochmal Wadenheben bei der zweiten Übung, Wadenheben an der Hackenschmittmaschine. Das ist ja nun wirklich auch eine ganz einfache Hackenschmittmaschine mit denen, die da trainiert haben. Ich habe an solchen Geräten auch noch trainiert und ich kann nur sagen, hat super funktioniert. Ich kann noch einige wenige Studios, da gibt es solche Geräte noch, aber eben nur wenige. Eins davon ist das Olympic in Hamburg am Steindamm. Dort trainieren ja wirklich die absoluten Cracks auch und lassen sich dort vorbereiten von einem sehr guten Trainer. Ja, und Klaus ist, also wirklich, Klaus ist eine Koryphäe, ja, und die haben noch so eine Maschine. Die haben noch diese alten Geschichten und ist perfekt. Und damit kann man super trainieren. Dann kommen wir zu dem, Moment, das ist verkehrt, habe ich zweimal das Gleiche. Mal gucken, jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich habe eine Abbildung fehlt mir jetzt hier. Das ist sehr schade, weil bei der zweiten Abbildung, die werde ich dann nachholen auf der Seite www.ironguru.info. Im Blog werde ich das alles nochmal präsentieren, auch alle Fotos. Und dort gibt es dann die zweiten Abbildungen. Da gibt es nämlich Wadenheben im Sitzen, wobei er Wadenheben wirklich nur mit der Langkantel macht. Also man kann ein kleines Handtuch unterlegen und nicht an der Maschine, sondern es geht auch dabei darum, so hoch wie möglich auf die Wade zu steigen. Und ich darf euch dazu mal sagen, wenn ihr euch klassisches Ballett anschaut, diese Tänzer, also die haben alle Waden und die balancieren ja auf dem großen Zeh. Das ist der Wahnsinn. Und die haben wirklich Waden, so dick wie Arme, diese Balletttänzer. Und die trainieren das nicht mit 500 Kilo, die trainieren das wirklich mit ihrem Körpergewicht. Und daran könnt ihr auch sehen, dass Waden auch wachsen ohne diese enormen Gewichte. Ich habe neulich einen ganz interessanten Beitrag gehört, beziehungsweise Kommentar von einem meiner Abonnenten, ein älterer Bodybuilder. Und der sagte mir, er trainiert seine Waden immer ohne Gewicht an der Treppe. Und er hat von 43 Zentimetern seine Waden auf 47 steigern können mit diesem Training. Und er nimmt auch keinen Stoff oder sonst irgendwas. Also wirklich durch dieses Training mit vielen Wiederholungen und exakter Ausführungen. So, das sind also die Übungen. Und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Und zwar natürlich im Zusammenhang mit diesem Training. Ach, vorher muss ich noch was erwähnen. Gott sei Dank habt ihr das aufgeschrieben. Ihr vermisst natürlich etwas jetzt. Ihr findet etwas nicht bei diesem Programm. Und das sind die, das ist Bauchtraining. Und Vince Gironda hat das Bauchtraining bei diesem Programm ganz bewusst weggelassen. Es gibt einen Vince Gironda Bauchkurs über sechs Wochen, einen ganz extremen Kurs. In diesem Fall wird es weggelassen, weil dieses Programm zielt auf maximalen Muskelzuwachs und maximalen Muskelreiz. Und Vince Gironda war der Meinung, dass exzessives Bauchtraining einen negativen Einfluss hat auf das vegetative Nervensystem, nämlich auf den Solarplexus. Der sitzt also in der Mitte eures Körpers unter dem Herzen, also sozusagen unter dem Brustkorb. Da sitzt der Solarplexus und das ist unser zentrales Nervengeflecht. Und Vince Gironda war der Meinung, wenn ich zu viel Bauchtraining mache, dann bekommt dieses zentrale Nervensystem einen Schock und dann behindert es also den Muskelaufbau. Es ist also auf jeden Fall nicht hilfreich. Und deshalb ist in diesem Programm, das ja auch kein Programm ist, das man jetzt zwei Jahre macht, sondern das macht man mal sechs Wochen und holt das Beste raus, ist das Bauchtraining dort nicht dabei. Das nur nochmal so am Rande zur Vervollständigung dieser Geschichte. Es handelt sich also hier um ein reines Muskelaufbauprogramm. Allerdings nicht um ein Masseprogramm. Da trainieren wir also nicht 6x6 oder 5x5, sondern um ein Muskelaufbauprogramm. Und zwar wirklich Muskelaufbau, jeden Muskel von jeder Seite trainieren und das Optimale rausholen. Er hat übrigens zu diesem Programm ganz typisch seine Steak-und-Eck-Diät empfohlen. Das sind also fünf Mahlzeiten am Tag. Zwei Mahlzeiten bestehen dann eben einfach aus Steak und Salat und mit Essig und Öl. Und dann drei Mahlzeiten, da wird der Eckenat eingeteilt, also maximal und optimal mit 36 Eiern. Also dreimal zwölf Eier jeweils eine Portion. Und Supplements werden empfohlen von ihm. Also wie gesagt, das ist nicht um, ich will hier nichts jetzt, das ist kein Punkt, um irgendwas zu verkaufen, sondern das sind die Supplements, die er definitiv bei diesen anstrengenden und schwierigen Programmen empfohlen hat. Und ich habe das schon mal erwähnt, also allein ein Frank-10 hat am Tag 30 und mehr Desiccated Liver-Tabletten genommen. Bis zu 80 haben die genommen. Also die haben diese Dinger gefuttert ohne Ende, weil die hatten so einen Anabolen-Faktor drin, den haben die heute noch drin. Da gibt es also einen Punkt, da werden die roten Blutkörperchen forciert. Ein anderer Punkt, da wird das körpereigene Testosteron angeregt. Und es hat auch Anabolika-ähnliche Substanzen, Wachstumsfaktoren in dieser Desiccated Liver. Und neben Enzymen und neben Aminosäulen und Proteinen. Deshalb war das eigentlich so das Ding und das haben die geschluckt ohne Ende. Das war das Mittel der Zeit. Ich habe ja jetzt diese Mittel auch im Programm. Ich nehme sie selber und ich nehme auch vor dem Training immer 6 bis 8 Desiccated Liver. Das gibt mir Power, ich habe einen besseren Pump. Kann jeder mal ausprobieren, wenn er möchte. Das funktioniert einfach, ohne dass man durchdreht, ohne dass man eine rote Birne kriegt. Und funktioniert das wunderbar. So, er hat dann weitere Produkte empfohlen, Supplements, Enzyme. Da bieten wir auch im Moment zwei Sorten an. Also er hat Enzyme aus einem ganz einfachen Grund empfohlen, weil er einfach gesagt hat, die Mengen über diese Steg- und Eck-Diät, da kommt man ja locker mal auf 250, 300 Gramm Eiweiß, wenn man das komplett macht, so das Programm. Das Ganze muss verdaut werden. Und wir haben auch eine ganze Menge von Fetten. Cholesterin habe ich schon gesprochen. Es gibt, könnt ihr 36 Eier essen am Tag. Es hat keinen Einfluss auf euren Cholesterin-Level. Es sei denn, ihr gehört zu den 100.000, ein Mensch, der also grundsätzlich einen ganz schlechten Cholesterinwert von Haus aus hat. Da müssen sie dann schon was einsetzen, weil der Körper selbst dann so viel Cholesterin produziert, dass man das stoppen muss. Aber generell kommt der Mensch mit Cholesterin recht gut klar, zumal wenn er trainiert und wenn er dann ansonsten auch sich gut ernährt. Das heißt, mit viel Grün ernährt und so weiter. Das habe ich auch in anderen Stellen schon erwähnt. Aber die Enzyme dienen eben dazu, dass diese Proteine, diese Fette, die euch ja auch diese Energie geben und auch diese Kalorien geben. Im Gegensatz, es fehlen ja hier, wir haben ja fast eine Low-Carb-Ernährung. Nicht nur fast, sondern die haben wir ja eigentlich. Die Fette sind dann wichtig für die Energie, für die Power. Und das habe ich auch selbst schon ausprobiert bei der Low-Carb-Ernährung. Also das wirkt direkt. Also der Körper lernt, diese Fette als Energie zu nehmen und zwar recht schnell, also wenn man es gewohnt ist. Dann hat er andere Supplements, die sind immer aufgeführt auf der Liste. Die empfiehlt er. Das ist einmal Kelp, also das sind Algen, Meeresalgen. Sehr gute, wir haben die ja Spirulina-Kaltwasser-Algen. Die sind so massig voll mit Vitalstoffen, mit Vitaminen, mit Enzymen und so weiter. Also da kann man kaum eine Tablette herstellen, die das hat. Also das ist einfach so wahnsinnig. Und Alf-Alpha, Vater der Pflanze, hat ja einen natürlichen Anteil von HM-Beta zum Beispiel und anderen Stoffen. Das ist sehr gut auch in den Wechseljahren, wirkt sich positiv auf Testosteron aus. Da darf ich nochmal sagen, also eine entsprechende Supplementierung und Ernährung. Ich habe das neulich wieder gelesen, da hat ein Mann gefragt, ja was kann ich denn für Alternativen nehmen, um den körpereigenen Testosteron-Spiegel anzuregen. Also ich darf euch sagen, dieses Training alleine, Muscle Has 4 Sides, diese Giant Sets, dieses intensive Training, wird bei euch also auf jeden Fall eine gute Steigerung des körpereigenen Testosterons schon mal bewirken. Ansonsten kann man durch Nahrung oder durch Supplements, wie hier auch Zink ist ja hier auch dabei und so weiter, nur bis zu einem bestimmten Grad. Und zwar der Grad ist festgelegt in eurer Genetik, das heißt DNA und so weiter. Und da kann ich noch so viel Tribulus Terrestris, Ectosteron und wie das alles heißt, mir reinpfeifen. Also wenn das ausgereizt ist, wenn ihr einen optimalen Testosteron-Spiegel habt, einen natürlichen, einen oberen, dann werdet ihr mit diesen Mitteln, wie Tribulus Terrestris und so weiter nicht viel erreichen. Um aber einen guten Testosteron-Level zu haben, sind bestimmte Supplements bzw. Mineralstoffe, Vitamine eben notwendig. Und die sind eben auch in diesen natürlichen Produkten enthalten. Und da komme ich gleich mal zu Brevergeast, ist Vitamin B. Brevergeast enthält auch andere Stoffe, wie Enzyme, also ist fürs Immunsystem gut, für die Haut gut. Also man hat halt diese Dinge genommen. Es gab ja noch viele andere Supplements in der Zeit. Das waren ja nicht die einzigen. Also die Läden waren voll mit irgendwelchen Herbs und Krams. Aber man hat eben das rausgesucht, mit dem man die besten Erfahrungen gemacht hat. Ja, und dann habe ich hier etwas stehen, Papa. Das heißt nicht Papa, nicht Onkel, nicht euer Vater gemeint, sondern Papa ist auch Vitamin B10 genannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erst im Rahmen meiner Recherche mit dieser Geschichte gesehen. A muscle has four sides. Und da empfiehlt er eben dieses Papa. Und ich habe dann recherchiert, was ist das überhaupt? Und es ist also tatsächlich ein, wird auch als Vitamin B, obwohl es kein Vitamin B eigentlich ist, aber als Vitamin B10 bezeichnet. Und dann habe ich mir das durchgelesen, was das macht. Und dann war ich wirklich total perplex, weil dieses Papa ist ein Vitamin, das extrem gut für eure Darmflora ist. Und man sagt zum Beispiel, wenn man das nimmt, dann ist es besonders gut für die Haut und für die Haare und für diese Geschichten. Und das ist natürlich klar, weil wenn ihr eine gesunde Darmflora habt, Menschen, die eine gute Darmflora haben, die einen gesunden Darm haben, haben immer eine gute Haut. Die haben keine Pickel, die haben das alles nicht. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt. Und also es ist interessant, weil dieses Papa greift auch in die Positiv, in die Aktivierung eures eigenen DNA-Programms ein. Also das ist ein äußerst interessantes Produkt. Und ich habe deshalb auch wirklich aufgrund dieser Recherche mich dazu entschlossen, ich habe das Produkt bereits gefunden und ich habe das also mit im Programm jetzt demnächst, da wird es dieses Papa geben, zusammen mit einem ganz hohen, hochdosierten B-Komplex. Weil mich nervt das immer, B-Komplex ist sich auch aufgeführt, B-Komplex, wenn ich das so kaufe normal, dann habe ich da so Luschen-Produkte mit 2,5 Milligramm und dann ist das so diese Minimal-Empfehlung und so weiter. Deshalb habe ich ein Produkt, das also europamäßig erlaubt ist, aber trotzdem an der Grenze mit 75 Milligramm, B1, B2, B3, 500, µ, B12 und, und, und. Und das gibt es, dieses Papa und diesen B-Komplex in einem Produkt demnächst, das werdet ihr dann sehen. Also das nur am Rande, gar nicht so viel Eigenwerbung, aber ich habe wirklich aufgrund dieser Recherche das gefunden. Ich fand das so irre, weil mich auch, und es hat einen unheimlich positiven Einfluss auf eure Nerven und sowohl B-Komplex, aber auch dieses Papa. Mich interessiert das persönlich sehr, weil ich damit zu kämpfen habe, mit einer Geschichte in den Füßen und deshalb interessiert mich das extrem und ich weiß ganz genau, woher das kommt inzwischen, von diesem ganzen Dreck, den ich mein Leben lang gefressen habe, diese Süßstoffgeschichten und so weiter und so fort, habe ich ja letztes Mal gehandelt. So, jetzt kommen wir mal zu Multivitamin, da kann ich euch wirklich eine Empfehlung geben, da gibt es von Budnikowski ein Multivitamin, das ist noch Time Release, das kostet ein Abel und ein Ei, das kostet 3,50 Euro. Also das muss ich nicht in mein Programm führen, weil das ist top in der Dosierung und wenn nicht, dann nimmt man davon eben 1, 2 oder 3 am Tag, also perfekt. Zink habe ich eigentlich auch im Programm, kriegt ihr auch überall, also 25 Milligramm sollten es sein, mehr muss es nicht sein. Also ihr reicht mit Überdosierung von Zink, wie gesagt, auch nicht mehr. Es ist also, es ist alles immer so, mehr ist besser und dann werden irgendwelche, irgendwelche Blödsinn wird da erzählt, weil sie natürlich ihren Kram verkaufen wollen und 100 Milligramm Zink. Und übrigens das nochmal an die Freunde, die Anabolika nehmen, da wird ja immer Zink empfohlen, um also die Östrogen zu hemmen. Also Zink gilt ja als ein Östrogenhemmer, ja. Und dazu gibt es übrigens Studien, kann man ganz neue Studien, es ist alles Blödsinn, Zink macht das nicht, ja. Und insofern könnt ihr euch das auch schenken, weil also 100 Milligramm Zink jeden Tag ist dann irgendwann nicht mehr gesund, der Körper muss da irgendwo mit hin. Und diese Mineralstoffe und diese Spurenelemente werden zum Teil gespeichert im Körper und wenn ihr da eine permanente Erhöhung habt von diesen Geschichten, auch nicht gut. So, Vitamin C empfiehlt er auch, 1,5 Gramm, ja. Ja, übrigens dann in Wasser, so zweimal, dreimal am Tag, Vitamin E. Ich habe jetzt hier keine spezifischen Angaben der Mengen mal gemacht, Magnesium, Mineralstoffe. Also das ist die Aufstellung der Supplements, so wie sie Vince Gironda empfiehlt und nicht meine. Und ich werde dann Empfehlungen geben auf der Seite, auf unserer Seite www.arrengrube.info, wenn ich dieses Programm veröffentliche. Ihr könnt aber selber schauen, was ist für euch gut. Ihr könnt auch mal selbst mal recherchieren, so ein bisschen. In jedem Fall, also bei Vitamin C ist es zum Beispiel so, da wird ja gesagt, also 200 Milligramm reichen. Ich kann euch sagen, da gibt es ja einen Prof. Dr. Paulus, der hat seinen Nobelpreis gekriegt für Vitamin C, für die Erforschung von Vitamin C. Der Mann ist weit über 90 geworden und hat jeden Tag also 10 Gramm und 15 Gramm Vitamin C gefuttert. Und also das ist immer so eine Geschichte. Das sind ja wasserlösliche Vitamine und um einen Vitaminbedarf bei euch zu ermitteln, ist es eigentlich nicht ausreichend, eine Blutanalyse zu machen, sondern man müsste dann testen, wie viel Vitamin C nehmt ihr, als Beispiel mal Vitamin C, wie viel nehmt ihr. Und dann müsste im Urin gemessen werden und wie viel Vitamin C scheidet ihr davon wieder aus. Und dann wisst ihr nämlich, wie viel Vitamin C im Körper verbleibt. Und das müsste man eigentlich, wenn man es optimal macht, so wie es in Amerika inzwischen schon geschieht, in diesen unterschiedlichen Praxen, die sie dort haben und diesen Instituten, wo sie also wirklich von einer neuen Geschichte ausgehen, da machen die das, da bestimmen die richtig und zwar richtig, wie ist wirklich euer Bedarf. Gibt es glaube ich auch in Deutschland auch schon Leute, die das machen und so weiter. Gut, also das nochmal am Rande zu den Vitaminen. So, und jetzt habe ich zum Abschluss nochmal etwas gefunden hier. Das ist nämlich der Abschlusstext zu dieser, das fand ich ganz interessant, zu dieser A Muscle Has Four Sides Geschichte. Er sagt, okay, er bietet dann noch einen 12 Monate Kurs an, verschiedene Kurse und Routen. Also dieses findet er sehr, sehr, um schnell Muskeln aufzubauen, um schnell in Form zu kommen, findet er das optimal. Und was ich dann ganz lustig finde, dann sagt er hier, finally, I have viewed something I have planned for the years. Und zwar hat er ein Hotel klargemacht in seiner Nähe. Ich habe das damals leider, ich bin immer da von Venice dahin gefahren. Das war am Ende eine Tour, um bei ihm zu trainieren. Aber er hat dann irgendwann da auch ein Hotel eingerichtet und dann konnten die Leute da dieses Motor mieten. Und dann konnten sie bei ihm jeden Tag trainieren unter seiner Aufsicht, denn das war er. Er war Private Coach in erster Linie. Und nicht irgendein Hampelmann in irgendeinem Studio, der drei Übungen gezeigt hat, sondern er hat die Leute richtig trainiert. Das war seine Profession und das war das, was er wollte und was er machte, der Vince Gironda. So, ja, also hier kommen wir dann nochmal zu dem Desiccated Liver, zu der Geschichte, die wirklich dann, also die Leute gefordert haben, ich nehme sie selbst. Also wenn er nichts nimmt, aber das ist schon wirklich eine super Geschichte. Und ja, so, ich kling das mal raus, sonst heißt das wieder, ich mache hier zu viel Reklame und der verkauft ja nur der Typ. So, dann gucke ich mir jetzt mal eure Fragen an. Da wollen wir mal schauen, was ihr hier so auf dem Zettel habt. So, erstmal haben wir hier guten Tag gesagt. Berend Breitenstein, die Bodybuilding Bibel. Ja, Berend Breitenstein hat recht gute Bücher geschrieben, muss ich ihm wirklich lassen. Also er hat einen sehr guten Beitrag geleistet im Roro-Taschenbuch-Format. Und das ist wirklich alles super, was er da gemacht hat. Und der Mann lebt das auch und alle Achtung, er macht jetzt wieder seine Wettkämpfe und selber ist er auch gut in Form. Wie gesagt, er hat bei mir angefangen mit 15 zu trainieren in meinem Studio. Ganz lustig. Wir kennen uns sehr lange. Und dann haben wir hier, hallo Wolfgang, stimmt es eigentlich, dass man Hals-Waden-Arme vom Umfang her ungefähr gleich haben sollte wegen der Symmetrie? Ja, das wird in der Tat so gesagt. Und dann geht es noch weiter. Dann gibt es auch noch Typen, die haben auch noch Oberschenkel und Bauchumfang gleich. Ich glaube, der Einzige, der das, oder einer der wenigen, der das erreicht hat, war dann Sergio Oliver. Deshalb sah der auch so gewaltig aus von den Proportionen. Aber das ist tatsächlich so, dass damals dieses Ideal ausgegeben wurde. Hals-Umfang-Waden, Arme sollten gleich sein. Wie effektiv ist die Kombi aus Dips, Klimmzügen und Kniebeugen? Ja, Pavel. Also das ist übrigens auch eine, es gibt, um das mal zu erklären, es gibt neben Vince Gironda, der reiner Bodybuilder war. Also Vince Gironda ging es ums Aussehen und Gesundheit, nicht um was Hebig und so weiter und irgendwelche anderen Geschichten. Und dieses, was du hier sagst, also die Kombination von Dips, Klimmzügen und Kniebeugen, das ist eine ganz typische Trainingsmethode von anderen Coaches aus der Zeit. Einer heißt zum Beispiel Bradley Steiner. Der hat auch viele Bücher rausgebracht und da sind diese Programme auch so aufgeführt, dass man nicht so viele Sätze macht, dass man aber jede Übung wirklich bis zum Geht nicht mehr fast so Mensa-mäßig, so Heavy-Duty-mäßig macht. Und dazu gehört eben auch diese Geschichte, weil dann sagte man so, wenn ich Dips mache, wenn ich Klimmzüge mache und wenn ich Kniebeugen mache, dann erfasse ich alle Muskeln des Körpers irgendwie. Also ich bin nicht der Meinung, dass es für einen Bodybuilder ideal ist, weil um als Bodybuilder den optimalen Körper zu entwickeln, muss man einfach auch bestimmte Schwachpartien immer wieder ausgleichen und gucken, wo muss ich mehr machen. Ob es die hintere Schulter ist oder der Bizep-Ansatz oder das ist ja wirklich ein Pfeilen, fast wie ein Bildhauer. So kann man Bodybuilding sehen, im Gegensatz zu den vielen heutigen Bodybuildern, wo einfach alles nur dick ist, also einfach nur Bumms. Und das sieht ja auch im Endeffekt beeindruckend aus einerseits, ja, aber wenn ich einen Rich Piana sehe und so, es ist halt Masse und dick und dann auch noch Silikon rein spritzen oder Öl rein spritzen und so weiter. Naja, da ging es um was anderes. Hier geht es eben bei Vinci Ronda ums Aussehen. Und diese anderen Typen, da ging es so um Kondition, Kraft und mit einem einfachen Programm den Leuten, ja, was simpel ist, was jeder zu Hause machen kann, Tipps-Ständer, Klimmzüge machen, Kniebeugen, ja, dann erfassen sie fast alle Muskeln. Und wenn man da ein paar Durchgänge macht, dann halt bist du gut trainiert, dann hast du ein gutes Training. Das ist diese Geschichte. Kannst du ein gutes Buch empfehlen, wo diese ganzen Übungen erklärt werden, von früher, beziehungsweise ein generelles gutes Buch zum Thema Bodybuilding? Boah, Mensch du, also es gibt sehr viele Bücher, ich habe, also das ist wirklich schwierig, ja. Aber es gibt, also es gibt ja sehr gute Trainer auch und Bodybuilder auch und es gibt übrigens ein gutes Buch von Bill Pearl, das ist so ein ähnlicher Schinken wie von Arnold Schwarzenegger, so ein Apparat, da sind tausende von Übungen drin und erklärt auch genau, wie er trainiert. Ich finde diese Programme sehr lang, die er da macht, aber ich kann nicht das eine Buch empfehlen und es wird euch auch gar nicht helfen, also das eine Buch, weil am Ende müsst ihr probieren und ihr solltet euch allerdings ausrichten, das ist meine Meinung und Erfahrung, auf euer Ziel, was habt ihr für ein Ziel? Damit fängt das an, ja. Und ein Arnold Schwarzenegger, ein Bill Pearl, ein Vinci Ronder, alle haben sie ganz unterschiedliche Dinge trainiert, teilweise überschneidet sich das und einiges ist gleich, aber entscheidend sind eure Ziele. So, wenn das Ziel ist, ich boxe jetzt zweimal in der Woche und ich will meine Muskeln aufbauen, ich will Schnellkraft aufbauen, ja, und auch gut aussehen, dann ist das ja ein ganz anderes Ziel, wie jemand sagt, ja, ich bin natural, ich will auf die Bühne. Ich will optimal aussehen. Und ein Dritter sagt, ja, mir geht es aber darum, ich spiele, ich mache American Football oder ich habe so eine Mannschaft mal gecoacht, also da geht es dann um wieder was anderes, ja. Und da sind solche Dinge zum Beispiel wie Dips, Klimmzügel, Kniebeuge, super, ja, also ganz klar. Und deshalb gibt es auch nicht das eine Buch, ja. Es gibt ein paar Bücher, die also recht gut sind. Ich werde euch mal eins empfehlen, das ist ein alter Bekannter von mir, der Fontaine, der auch ein sehr gutes Produkt rausbringt, Weizenkeimöl, Naturgepresst und ich werde das mal mit anmerken. Super Typ, super Freund, unheimlich Erfahrung, hat also auch die Besten der Bodybuilder kennengelernt und das ist auch so ein Oldschool-Buch über Bodybuilding, wie man trainiert und wir sind da ziemlich akkord in vielen Dingen, also ziemlich gleich in vielen Dingen, ja, die er dort sagt in seinem Buch. Das werde ich mal einfach erwähnen, auch als Hinweis für diese Geschichte. So, ich hoffe, das reicht zu dem Thema, ich kann wirklich nicht sagen, hier, ich habe oben ein paar, fast tausend Zeitschriften, das ist voll mit Programmen und so weiter und so fort und am Ende müsst ihr, wie gesagt, austesten auch, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt Bodybuilding machen, dann müsst ihr schauen, okay, wie viel vertrage ich an Training, ja. Das Alter spielt eine Rolle, ja, eure DNA, euer Lebensrhythmus spielen viele Dinge eine Rolle, deshalb, es gibt eben nicht das eine Programm, das ist einerseits zum Verzweifeln, ja, habe mich auch in jungen Jahren immer dazu gebracht, tausende von Sachen auszuprobieren, ja, bin dann auch weggekommen von Vinci Ronda, ich war ja totaler Fan, ich habe dann danach trainiert, dann kam wieder was Neues, dann hat man das wieder probiert, dann hat man wieder schwerer trainiert, weil irgendeiner hat dann gesagt, ja, das musst du machen, Make Mensa kam, dann Donets kam, dann und, 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 ja, dann hat man diese vielen Sätze, diese vielen Übungen, hat man drei Stunden trainiert, dann war man nach drei Wochen krank, hat eine Grippe gekriegt, weil das Immunsystem zusammengebrochen hat, ich habe das ja auch alles gemacht und ich glaube einfach, dass die Trainingsmethoden hier von Vinci Ronda, also jetzt nicht unbedingt dieses Muscle has for sight, weil da müsst ihr eben zweimal am Tag trainieren, aber diese Programme 8x8, 6x6, die auch nicht zu umfangreich sind, wo er sagt, 45 Minuten, intensives Training, ja, und ich lese immer, ja, da gibt es viele, ja, ich trainiere auch drei Stunden, ich komme da gut mit, klar, das mag ich nicht beurteilen, also ich persönlich trainiere auch schon ewig und ich habe auch diese Programme trainiert über Stunden, Ich kann nur sagen, wenn ich wirklich eine Übung konzentriert mache, langsam konzentriert und dabei die Muskel anspanne und wieder und kein Mensch trainiert so konzentriert drei Stunden, also niemals, das kann man gar nicht, das ist, also wirklich nicht, ja, man kann zwar ballern irgendwie, bis zum geht nicht mehr, bis zum umfällt und nochmal und noch einen Satz und noch einen Satz, das hat damit nichts zu tun, ja, Es geht ja hier darum, dass ihr, eure Zeit könnt ihr auch für andere Sachen benutzen, da könnt ihr mit dem Hund spazieren gehen, mit eurer Frau im Garten liegen, was weiß ich, ja, also statt da Stunden zu verbringen und das Ergebnis ist auch nicht besser, ja, So ist es, das ist ja auch, also da bin ich ja auch wirklich, stimme ich auch wirklich überein mit dem Heavy-Duty-Programm, was ja ein gutes Programm ist, nur eben riskanter durch die schweren Gewichte und so weiter, aber Warum muss man zu viel Zeit vergeuden? Hier reden wir über ein Programm, vier Sides auf dem Masse, ja, da braucht ihr vielleicht 20 Minuten für, 20 Minuten abends, morgens und 20 Minuten abends, sechsmal in der Woche, okay, das ist ja auch nicht ohne, aber länger ist das nicht, wenn ich das durchtrainiere, ja. So, ich schaue nochmal, ehe ich hier wieder ausschlippe, etwas bitte mehr zur hinteren Schulter erklären, wenn es geht. Ja, also ich muss wirklich sagen, die hintere Schulter, wir haben ja hier bei Vince ja auch viele Übungen in diesem Programm, die auch die hintere Schulter erreichen, ja, und ich habe also wirklich, Schulter aufzubauen, macht eigentlich richtig Spaß und die Schulter kann man gut trainieren, also nicht nur die hintere Schulter, ja, wenn man also wirklich mit relativ wenig Gewicht, und konzentrierten Bewegungen, ja, und es gibt da auch wiederum diverse Programme, gerade auch für die hintere Schulter und ich, also ihr müsst einfach, wenn ihr die hintere Schulter trainiert, die spüren, also wenn ihr die nicht spürt, also die obere, wenn ihr oben, wenn ihr nach oben geht, in der oberen, im oberen Bereich, halten, anspannen und spüren, ja, das ist die hintere Schulter und dann gehe ich wieder runter und dann, ja, da ist die hintere Schulter, zack, ja, nur so, erreiche ich das ja, also nur einfach hoch schwingen das Ding, ja, da macht alles mögliche, jeder andere Muskel macht das, aber nicht die hintere Schulter, das ist die Kunst und das betrifft alle Übungen, ja, so, ich werde da auch nochmal Programme jetzt vermehrt machen für einzelne Muskelgruppen, Sachen vorstellen, wir haben ja diesen, diese Dumbbell-Swing-Geschichte, habe ich ja gemacht und dann habe ich diese Dreierübung gemacht für die Schulter und da gibt es auch so Programme, einen Tag schwer trainieren, Hebeübungen, Drückübungen, einen Tag leicht trainieren, Hebeübungen, also da gibt es schon so, das macht man viermal in der Woche, wenn man sich mal spezialisiert, aber diese Spezialisierung eben auch immer nur in der Zeit, ne, und eine Spezialisierung von Vince Gironder ist 10x10, also wenn ich die hintere Schulter mit 10x10 trainiere und so, wie ich das erklärt habe und wenn sie dann nicht spürt, alter Schwede, dann stimmt das nicht, kann ich euch sagen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. So, ja, da steht nochmal Papa und Bierhefe sollen ja angeblich graue Haare wieder normalen Farbton zurücksetzen können, das weiß ich nicht, ob es das kann, aber es hat eben Einfluss drauf, auf die, wirklich auch auf die Haarfarbe, auf die Haare, auf die Fülle der Haare und auf eure Haut und auf eure, das hängt zusammen, einige von euch haben sich ja Mikrobiome angesehen und Enzyme und auch das Immunsystem, dann wisst ihr, das hängt ja alles zusammen und dieses Papa, und deshalb finde ich es auch so spannend und interessant, ist eben etwas, was auch dem Darm hilft und über den Darm regelt wiederum dein Körper bestimmte Funktionen, ja, und ich kann dir jetzt nicht erklären, warum mit einmal mehr Pigmente da sind im Haar und warum das mit einmal dunkler werden soll, aber ich weiß, dass es gut dafür ist und dass es also für die Haut gut ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, in welchem Beholungsbereich würde man trainieren, ja, also ich habe das am Anfang gesagt, zwölf Wiederholungen für alle Übungen bis auf Waden, zwanzig Wiederholungen, dass das natural vorteilhaft ist. Meinst du damit dieses Trainingsprinzip? Also das Trainingsprinzip, ich sage es nochmal, wir reden über, zum Beispiel am ersten Tag, über dreimal, drei Giant-Sätze, da mache ich einen Durchgang, also ich werde ungefähr mit 20 Minuten fertig sein, das ist vielleicht 25 Minuten, das ist also für natural und auch zweimal am Tag trainiert, bei den Supplements, die man dann nimmt, ja, so gemacht worden und auch der Umfang wurde bemessen auf natural, ja, also ich denke, das ist machbar, es gibt ja einen Sportskollegen, der einen sehr hohen Wiederholungsbereich predigt, ja, aber das ist auch okay, also ich meine, wenn er mit diesen hohen Wiederholungen zurechtkommt, ja, ich bin der Meinung, man kann das immer mal variieren, aber, also klar, ich habe auch gute Erfolge erzielt, zum Beispiel mal mit einigen Übungen mit 20 Wiederholungen, ja, andere machen 50, 100, ich, also, wirklich, das ist, Bodybuilding ist am Ende eine individuelle Geschichte und wenn ihr, deshalb sage ich, ausprobieren geht über studieren, ja, man kann nur sagen, ich probiere jetzt mal ein Programm aus, das hat ein Mann entwickelt, der da 50 Jahre dabei war und hat dieses Programm erfolgreich getestet mit Spitzenathleten und Naturalathleten mit Filmstars, um die in Form zu bringen und dann kann man sowas mal ausprobieren, ja. Gut, seit ich mich mit der Ernährung und Training befasse, trinke ich keinen Tropfen Alkohol mehr. Roland, ja, das ist mit Sicherheit eine gute Geschichte, also ich trinke persönlich, also ich war noch nie ein Freund von Alkohol, obwohl ich mal, also ein Café hatte, eine Gaststätte hatte, aber die Frage ist beim Alkohol, wie bei vielen Sachen natürlich immer auch das Maß und ich glaube nicht, dass einem Bier schadet oder so, ja, also ich rede nicht von jedem Tag, aber das ist, auch das ist eine individuelle Geschichte. Ich glaube einfach, dass, also wenn es eine bestimmte Menge Alkohol ist, die man trinkt am Tag, dass es zusätzlich eben halt die Leber belastet, die Nieren belastet und so weiter und deshalb eben dann alles, was Organe zusätzlich belastet in Anspruch nimmt, ist eben dann, das wird dem Aufbau, dem Muskelaufbau weggenommen, wenn man so will, ja. Ja, für die Schulter finde ich die Larry-Scott-Ausführung, das ist der Oliver, der macht ja inzwischen auch die Schulterübung von Larry Scott und das sieht alles immer so komisch manchmal aus, aber wenn man es dann mal macht und richtig macht auch, wie gesagt, und nehmt einfach, wirklich, wenn er also ganz leicht am Anfang trainiert, nimmt man bei diesen Übungen zu viel Gewicht, dann ist das weg, also man muss das Gefühl entwickeln. So, äh, hallo Wolfgang, ich spüre meinen Rücken recht schlecht, Brust auch nicht so viel, aber sie wächst jetzt besser. Ähm, Rücken ist eine wirkliche Schwachstelle von mir, das würdest du empfehlen, vielen Dank. Horst, also noch einmal, ich gehöre auch in diese Kategorie und Vince Gironda ist in diesem Clip auch erklärt. Und es geht dabei, zum Beispiel bei einem Lat-Training, wirklich die Arme lang zu machen, den Lat rauszudrücken in der oberen Position, das Schulterblatt so weit wie möglich rauszudrücken. Dann runterziehen und dann die Spannung halten im unteren Punkt und das auch mit weniger Gewicht, als du vielleicht bisher trainierst. Wenn du das Rudern machst auf einer Bank im Liegen, so wie es hier beschrieben ist und ich habe auch einen Film darüber gemacht und man nimmt die Hand und oben hält man nochmal, eher noch zwei Sekunden und den Rücken selber anspannen. Dann entwickelst du ein Gefühl für den Rücken und dann wird das auch verbessert. Das gleiche gilt für jeden Muskel, für die Brust, für jeden Muskel. Ich habe so häufig Menschen gesehen, die immer irgendwie trainieren, die Gewichte hoch und dann guckst du zu und dann siehst du von Weitem schon, dass die überhaupt kein Gefühl im Muskel haben. Und diese Maschinen heutzutage, die verleiten ja auch, weil das ist ja auch vorgegeben, die Bewegung ist vorgegeben und hast du noch diese Ellipsenübertragung. Das heißt also, das ist ja noch vorgegeben bei einer Handel, bei einer Langhandel, bei Kurzhanteln, da ist das eben anders. Da muss sich selber das Gefühl entwickeln und das trainiert, das trainiert euch. Ja, und deshalb ist es wichtig, man muss, ich habe, was ich auch nochmal ganz im Gegensatz zum Rücken, beziehungsweise zum Rückentraining sagen, was du auch probieren kannst, was man auch probieren kann, dass man nur in einem halben Bereich trainiert. Zum Beispiel auch die Brust, also Fliege immer nur im Spannungsbereich, hat Schwarzenegger auch gemacht. Oder beim Rücken nur in einem ganz bestimmten Spannungsbereich bleibt und den Rücken dabei anspannt und immer in diesem Spannungsbereich bleibt und eben nicht ganz ausfängt, zum Beispiel. Also entscheidend ist das Gefühl entwickeln für den Muskel und dann wird das auch und dann musst du dabei bleiben. Man würde ja eigentlich denken, dass man bei dem Training ins Übertraining kommt und also wenn man morgens und abends trainiert. Naja, also es gibt Programme von Vinci Ronda, da trainiert er den ganzen Tag. Da trainiert er also irgendwie alle 15 Minuten oder 30 Minuten Einsatz. Das Ding ist ja, ihr habt ja, ihr trainiert ja nicht so lange. Ja, ihr trainiert auch nicht mit so schweren Gewichten. Also ein Übertraining entsteht häufig auch durch mental, durch extrem schwere Gewichte und dadurch auch so eine, also Heavy Duty würde ich auch nicht zweimal am Tag trainieren. Und außerdem, vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt, oh, 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 zu dem Programm. Man soll abends mit etwas weniger Gewicht trainieren. Das wird empfohlen. Das habe ich noch nicht erwähnt. Gut, dass du das hier gerade sagst. Also ich denke, natürlich hängt Übertraining von vielen Faktoren ab. Und wenn ich natürlich jetzt also einen Job habe als Steinsetzer und Gartenbauer und bin den ganzen Tag da am Knüppeln oder als Maurer und schleppe den ganzen Tag, dann ist so ein Programm eher nicht zu empfehlen. Wenn ich mit meinem Hintern den ganzen Tag im Büro sitze und auch Zeit habe, mich auszuruhen, ja, und ansonsten auch ein stressfreies Leben habe, ein relativ entspanntes Leben habe, dann ist das Training auch für Natural mit Sicherheit machbar. Ich bin Fan von großer Raps Range 6 bis 20 in jedem Training. Ja, wenn du Fan bist und wenn das bei dir hinhaut, nichts dran zu sagen. Am Ende muss man den Weg finden. Am Ende muss jeder den Weg finden. Und wenn das bei dir am besten hinhaut, super, also dann ist alles gut. Also großer Raps Range, ja, also diese, du meinst wahrscheinlich die Voll Range, also die komplette Ausführung der Übung. Das empfiehlt übrigens Winter Runde auch in den meisten Übungen. Also zum Beispiel beim Trizepsstrecken an der Zugmaschine, ja, bei den Pushdowns, da geht er, und das mache ich auch, also da gehe ich wirklich mit der Hand hier ganz nach oben und dann gehe ich ganz runter in die Streckung. Also viele machen ja dann nur so halbe Geschichten. Ich habe einfach festgestellt, wenn man diese Full Range Geschichten macht, dass man besser in den Wiederholungen Kraft aufbaut und auch mehr Wiederholungen dann schafft. Mit höherem Gewicht. Und in dem Moment, wenn ich nur diese halben Geschichten mache, dann fühle ich zwar im Moment vielleicht einen guten Pump und so, aber das war es dann auch. Wolfgang, war eine Woche in den Bergen und komisch war, sind meine Waden explodiert durch tägliches Walwandern. Das glaubt mir keiner. Ich glaube dir das ungesehen, auf jeden Fall. Wie findest du, Carsten, 14 Reiters neues Buch? Finde ich super. Ich kenne das Buch nicht. Ich weiß nur, der Mann ist top. Und der weiß, worüber er redet. Das habe ich auch vorhin erwähnt. Und ich war damals Fan von ihm, als er in der Zeit war. Also absolut. So, ich bin... Achso, hier ist nochmal Kreuzheben. Ja, Kreuzheben, Kreuzheben. Also, ich halte Kreuzheben grundsätzlich für keine schlechte Übung. Allerdings muss ich sagen, ich habe nur bei Kniebeugen mehr Leute, nicht mehr Leute gesehen, die sich ihren Rücken versaut haben mit Kreuzheben. Das Problem ist einfach, die meisten machen einfach Kreuzheben nicht sauber. Sie, auch dort fangen sie nicht mit leichten Gewichten an. Das heißt also, sie übertreiben sofort. Das ist immer so eine Ego-Geschichte. Und dann geht die Sache sowieso schon mal in die Hose. Also, es gibt gute Übungen zur Kräftigung der Rückenstrecker. Kreuzheben hat, so wie Kniebeuge, um das also in die Richtung von Vinci Ronda zu bringen, hat es natürlich die Tendenz, dass die Hüfte breiter wird. Die Hüfte besteht ja nicht nur aus Knochen, sondern auch aus Muskeln, aus Hüftmuskeln. Und die werden durch diese Kniebeuge und so weiter und durchs Kreuzheben eben breiter. Insofern ist Kreuzheben eher eine Kraftübung, also eine Kraft-Dreikampfübung. Und ich bin da gespaltener Meinung, ich selber würde diese Übung heute nicht mehr machen. Ich habe vier Bandscheibenvorfälle durch solche Geschichten bekommen. Und das reicht mir. Also, ich hätte mir gewünscht, dass ich früher an einen Trainer geraten wäre, der mir die Sachen besser erklärt hätte, dass man die Finger von bestimmten Sachen lässt. Aber, wie gesagt, Bankdrücken führt, wenn ich das zu schwer mache und dauerhaft mache, zu Schäden im Schulterbereich. Schulterbereich, ja, Bizepssehne kann wegreißen, ich habe das häufig genug, Brustabrisse und all diese Geschichten. Alles, was zu schwer gemacht wird. Wenn ich, also Kreuzheben, vielleicht das nochmal, eine komplette Ausführung von Kreuzheben, sogar mit runden Rücken, wird sogar in der Therapie gemacht. Ganz bewusst, aber natürlich mit leichtem Gewicht. Und es wird gemacht, um genau die Bewegung, die kritisch ist, mit einem leichten Widerstand zu machen, damit sich diese Bereiche kräftigen. Also, das ist so ein Konzept. Aber in dem Moment, wenn ich dann sage, oh, was schaffe ich denn heute? Leg mal rauf. Peter, hau rauf. Gib Kanne. Naja. Dann muss das jeder selbst wissen, was er da mit seinem Rücken macht. Ja? Okay. Gut. Meine Lieben, wie gesagt, ich veröffentliche das Ganze nochmal im Blog auf unserer Seite. Mit allen Übungen, ja, auch mit Empfehle im Bild, mit Erklärungen, kurz zu einigen Übungen, nicht zu allen Übungen, aber einigen Erklärungen. Und ich wünsche euch einen richtig schönen Abend. Freut mich, dass ihr so lange dabei wart. Ich glaube, ich habe soweit alle Fragen einigermaßen beantwortet. Man hat ja auch nichts dagegen, wenn jemand eine andere Meinung hat, um Gottes Willen. Und ich, also viele Wege führen nach Rom. Und es ist also, dieses ist ein Programm, was ich interessant fand. Wer also zweimal am Tag trainieren kann, probiert es einfach mal aus. Und ansonsten werde ich euch demnächst andere Programme von Vinci Ronda vorstellen, ja, die auch wirklich es in sich haben und auch Übungen. Ja, das finde ich immer das Gute hier an dieser Geschichte und das Tolle. Ich finde auch immer wieder neue Sachen, wie gesagt, mit dem Papa. Das habe ich also und einige Übungen, die ich wieder sehe und denke, Mensch, die hast du ja früher auch mal gemacht. Das finde ich immer wieder geil und macht das mal wieder Spaß. Denn Spaß muss es machen und es soll euch Spaß bringen. In dem Sinne, euer Wolfgang, bleibt mir gewogen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, und dann würde ich sagen, ja, so sieht das aus. Tschüssi.